Sepia und das Erwachen der Tintenmagie In dieser Geschichte geht es um das weisen Mädchen Sepia, die bekommt in ihrem Kinderheim ein ganz besonders edles Schreiben, einen Brief, in dem sie eingeladen wird, bei Meister Silbersilbe in die Lehre zu gehen. Sie kann dort Tintenmagie lernen bzw. Buchsetzerin werden, in einer Druckerei arbeiten. Sepia ist vollkommen von den Socken, denn sie kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass sie dazu auserkoren sein soll, bei Meister Silbersilbe in die Lehre zu gehen. Kurz darauf befindet sie sich auf einem relativ langen Weg nach Flohall, denn dort lebt Meister Silbersilbe. Sie kommt dort an und sieht zum allerersten Mal den Zauber von Flohall, muss ihn auf sich wirken lassen und ist total begeistert von dieser Stadt, von der Magie, die dort überall wütet, an jeder Ecke. Dann trifft sie in der Lehre auf Niki und auf Sancio. Sancio ist ein Junge, der beim berühmtesten Buchbinder der Stadt in der Lehre ist und Niki ist die Tochter der berühmtesten Künstlerin. Die drei gemeinsam sind ziemlich neugierig und das bringt sie oft leider auch in etwas schwierige und knifflige Situationen. Dabei ist eine Situation, in der Sepia einen Aschegeist sieht. Was das genau ist, warum mit einem Mal alle drei Meister verschwunden sind und wie sie die drei, Sepia, Sancio und natürlich Niki versuchen können, die Meister wieder zurück zu bringen und eventuell die Stadt vor dem Untergang zu retten, das könnt ihr in diesem Buch lesen. Es ist ein Buch, ein Buch, eine Geschichte voller Magie. Lasst euch darauf ein, taucht ein in die Welt der Tintenmagie. Viel Vergnügen.